. Vorher spielten die Frisuren der Spieler nicht so eine große Rolle. Richtig, da gab es keinen Stylisten, sondern jemand zum Harnschlein. Bei mir war das echt kein Problem. Ich war, glaube ich, in Kaiserslautern und in Offenbach. Da schrien die immer Eierkup, Eierkup. Ich sagte, was rufen die immer? Ja, die meinten dich. Dann war ich jung, 23 Jahre, da hat man schon ein bisschen drunter gelitten. Aber da hat mir natürlich der Fußball sehr geholfen.